Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von der Iron Man League of Lego Challenge. Heute will Ari. Du 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 duh. Warte. Okay. Oh, ich muss muss muss. Ich muss muss muss. Ich muss muss mehr zu den. Jetzt gucken wir euch an einen Schluck auf. Die es gibt. Jetzticles. Das ist der Spiel. Ich kann mal jetzt... aber irgendwie habe ich in diesen spiel das gefühl dass beklagen darüber stark ist irgendwie super stark dran vor also es kommt nicht so vor sondern es ist irgendwie so ich habe es jetzt nur leute die man sehen die beklagen benutzen oder beziehungsweise benutzt beklagen der wing op aber mal gucken was wir dieses mal spielen aber erst mal plex queen der luchs und jim r ok schwierig würde ich mal brauchen machbar aber schwierig ja 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 es wird schwierig ich nehme an ich werde gegen luchs lane ich weiß nicht wie viel schützt wird als ich hier gegen arie gespielt habe da war es so dass mit luchs die arie komplett gestoppt habe aber die gegner sich gedacht haben alter lustig wie die luchs kämen würden erinnern sie mich kennt ich war und bin neunmal oder so gestorben war trotzdem noch der beste im team ist traurig war ich hatte elf kills oder so mein team hatten 0 oder 3 ein team hat hat nichts gemacht weil die kaiser war die jähnische kaiserweite gefriedet und ich war die einzigste immer das machte mein team hat natürlich auch nichts dagegen getan dass die kaiser über stark ist es wäre auch zu viel verlangt anzustrengen ein spiel aber schon okay das kann ich jetzt hier in der sicht andersherum in gegen gewisse städte sichtspielen umkehrt war so keine ahnung in irgendeine sicht halt und hat es mit gesicht alter die gewinnen und kinder war es von der koi nicht ihr könnt ruhig skippen wenn ihr wollt so am nächsten gehen wenn das ist gerade langweilig also ich werde auch nichts lustiges sagen also warum soll ich auch tun was gelust ich hätte jetzt bei einem witz gebracht aber warum sollte ich wenn ich den jungen habe ich auch schon ewigkeiten nicht mehr sind eigentlich habe ich das nie gesehen let's light up the sky und don't say why jetzt hat sich die luxe erscheinen smake evie fricks betta und das ist schon mal gezeigt ich hab doch auf die anderen liegen klickt ts 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 Das war's für heute. war langweilig die langen es wird nichts passieren außer ein bisschen poche ist wahrscheinlich ich weiß nicht und es ist und den dv zu stecken schweiß allerdings noch zwei instanzen Das ist jetzt bitter, dass sie keine Remake-Anzeige bekommen haben Also Anfrage Nee, warum? Er hat die Kekse mit gut genommen Oh no Und das Geron Ich bin so gut im Dodgen Das ist sick Ich schmeckte eh, weil ich muss meinen E treffen Andernfalls bin ich Justus We're in this together Bitch I'm always chasing homens Puh, outtanked Ich geh'n und sich schön'n Buch kaufen Mh 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 Ich liebe Bücher Guck Dappret Starlight Will prepare Uh prepare Prepare I don't understand what she said Cause I don't listen to bullshit Skil skil Was Ich würde jetzt eben o-sang du bist wenn man das macht ich will sie darüber mein gott wenn ich das mache denn hier nichts ich bin so weit und das und zutreien nein nein titten ich finde es gut wenn die aufgaben ist oh ich habe so viel geschafft mit dieser eine q das ist so sick was why also scotch i was voted most likely to kill you Das ist aber ein bisschen so einfach muss ich sagen Und hier unterstehen APs geringsten wenn ich wahrscheinlich merken das haben wir noch nicht 2 wörter miteinander aussehen gleichseitig gesagt jetzt so macht man das warte mal das hat mich mit dem letzten tic getötet das kann doch nicht deren ernst sein warum war meine regeneration nicht stark genug ich möchte heulen warum hat es nicht ausgereicht das hat genau genau perfekt gestorben ich bin genau perfekt auf den lebenspunkt gestorben und heulen und okay jetzt bin ich hinten und vorsichtig ist oder was ich die gespür das hat mich getroffen ernsthaft ok menium block und hat mich jetzt jede q ich mein de mich stürte präsentiere ich dich wie ich mag ej ich denke ich brauche eine neue Obel Okay, das... Gehen wir dann so easy. Gehen geht auf den Superfelti. Gut, dann haben wir es auf jeden Fall wirklich. Let's... ... den... ... den... ... man hätte ich eh gemacht, aber... ... es muss auf jeden Fall... ... und dann fällt es zu früh sterben. Aber ich finde es gut, dass... ... meine Kids Cloud... ... und alles meine Kids. Ohne mein Scham... ... hätten das nicht so Kids geführt. Ohne mein Charme und Scham. ... Au. Nein, 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 nein. Au. Ohne kommt da eigentlich nur Weißlein. Oh, der hat Stopwatch gekauft. Der Bitch. Ohne? Ohne? Wait... ... why did's pain use this old? Ohne? Guck mal, hat jemand einen Trinkpast? Wann... ... du guck mal, hat jemand einen Trinkpast? Heddy ist so nahe zu Pretty, nur nicht nahe genug Ich habe eigentlich in eine andere Richtung gezeigt, als ich die E gedrückt habe, aber gut Spiel macht, was das Spiel denkt, ist gut Das finde ich gemein, Ari, etwas sagt man nicht Warum hat er gerade kein Damage bekommen? Du bist ziemlich süß, wenn du verlierst Ja Gut, dafür kriegt er von anderen Filmen Damage Ja, du machst mir keine Damage Dadurch, das ist Full-Dive-Man Das ist so schön Das ist so schön Das ist so schön das war viel zu schnell habe ich akzeptiert wir sehen uns denn in der nächsten eigentlich fast ganz so schnell wir sind es denn in der nächsten folie mit league of legandos iron menschen entsteht zurzeit 1 zu 1 oder so er steht 1 2